Das alles ist kein physikalisches Lehrwissen, kein Wissen aus der Schule oder Uni, sondern Geheimeswissen. Die Natur, unsere siebendimensionalen Materie, Raum, Zeit, Bewusstseins, Informationsdaseins, in dem wir alle leben und existieren. Also eine begrenzte Welt, mit sieben Dimensionen, die zwar miteinander verbunden sind, aber nur indirekt. Ja. Es gibt drei Dimensionsebenen in unserem siebendimensionalen Universum. Ebene 1 bis 4 setzt sich aus den Dimensionen 1, 2, 3 und 4 zusammen. Dimensionsebene 4 bis 6 aus Dimensionen 4, 5 und 6. Und die letzte Dimensionsebene hat nur eine einzige Dimension, die siebte Dimension, die zugleich eine volle und eigenständige Dimensionsebene ist, die höchste innerhalb der siebendimensionalen Welt. Diese höchste siebte Dimensionsebene ist eine ganz spezielle Dimensionsebene, die fast unsichtbar die anderen dominiert. Dann gibt es noch passiv geschaltete Verwebungs- oder Verbindungsstufen der Dimensionsebenen. Dimensionsebene 1 bis 4, also unsere eigene, teilt sich zum Beispiel mit Dimensionsebene 4 bis 6 eine Dimension, die vierte. Dimensionen 1 bis 4, also unsere eigene, teilt sich zum Beispiel mit Dimensionen 1 bis 6 eine Dimension. Dimensionen 1 bis 5, also unsere no-dimensionalen Existenz von ihrer Mechanik und daraus geometrisch funktionierenden Wirkweise her die Eigenschaften der höchsten undurchdringlichsten Primzahl in diesem Konstrukt besitzt. 2 bis 6, nur durch sich und eins teilbar, also nur beschränkt zugänglich und deshalb vor anderen Einflüssen geschützt.